Ey, Flair! Ey, bist du Flair? Ja, Mann, wer bist du denn? Ich mach so Beats und so. Aha. Was für Beats machst du denn? Krasseste Dinge, Alter. Hast du noch nie gehört, Alter? Richtig so übelst geil, Alter. Bist du gut, ja? Ja, Bester, Alter. Machst du drauf, ja? Ja, voll. Okay, cool, Alter. Gib mal her deine Beats. Ah, warte, hier. Hier ist ne CD, Alter. Sind so 25 Stück drauf, Alter. Kannst dir mal anhören und so. Was ist da so finanziell drin für mich so? Was gibt dir pro Song? Mann, gar nix zu Opfer. Die Beats sind abgezogen, Alter. Nein!